Den Hacks dann rommst und all so ein Kram und Videos auf YouTube, da kann man sich das ja schon mal ein bisschen angucken. Dann könntest du dir ja so eine kleine Rubrik machen, wo du sowas mal vorstellst oder zeigst oder anzockst. Das wäre ganz cool. Das wäre eine Idee, weil hat ja auch nicht jeder sowas. Ne, eben, genau. Du hattest ja, hattest du das in einem Infovideo irgendwie erwähnt oder so? Du hast doch gesagt, du wolltest dir jetzt ja so ziemlich alle Playstation-Demos besorgen. Und die dann irgendwie so durchzocken oder anzocken. Das wäre ja auch eine geile Sache. Ich habe da auch schon eins aufgenommen, nur irgendwie ist da meine Stimmdatei weg. Das ist natürlich ein bisschen blöd, ja. Ja. Und dann habe ich da jetzt erstmal wieder keine Lust drauf. Jetzt kann ich verstehen, ja. Und dann irgendwann, wenn mich wieder die Lust packt, dann packe ich das wieder an. Ja. Das klingt auch noch nicht klar. Ja, was soll ich denn machen? Was hätte ich denn machen sollen? Sterben. Nicht von Anfang... Okay, es ist nicht von Anfang... Das sieht aus wie so ein Strom von Blut. Oder Lava. Oder Lava. Aber Blut klingt viel dramatischer. Nimm mir doch nicht die... Nimm mir doch nicht die Vorstellung. Das ist einfach Nava, Alec. Sieh's ein. Okay. Ich pack mir grad einen Kopf. Wenn's hilft, ne? Das Blöde ist, diese Kombination mit Grätschsprung und Springen funktioniert hier noch nicht so ganz wie in Crash. Crash ist auch ein bisschen neuer noch. Das ist heute rausgekommen. Achso. Ach ja. Diesmal sind die nicht so blöde gesetzt, die Viecher, ne? Also die kommen nicht immer an der gleichen Stelle runter. Was soll ich denn da machen? Da kannst du nicht viel tun. Hätt's höchstens zurückspringen können, aber das war's dann auch. Ja, und dann spawnen sie wieder. Ja, komm, wir suchen nochmal. Wenn auch A ein muss. Das ist jetzt aber das letzte Mal. Ja, 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 ja. Passt schon. Weil irgendwann ist auch genug. Irgendwann muss man auch mal Nein sagen. Ja. Nein. Diese Bauarbeit hat er immer. Sieht für mich immer so aus. Ja, schon, ne? Ach ja, hier. Nee, 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 nee. Jetzt stirb doch mal weg, Mann. Er kann eh nix. Diesen Hase hüpft er da rum. Und springt. Und schießt im Springen. Und springt im Schießen. Ist auch interessant. Sag nochmal Resident Evil. Resident Evil. Das ist so episch, ne? Ist es das, ja? Ja. Das ist schön, das freut mich. Ich muss auch unbedingt mal wieder Resident Evil spielen. Ich mach demnächst mal wieder... Was heißt demnächst mal wieder? Ich mach ein Replay von Code Veronica Ixon. Werde ich das bei jeder Session, die ich aufnehme, dann am Anfang so sagen. Sehr schön. Ja. Ich seh nichts. Ich kam schon ein bisschen dem Crash-Kristall-Geräusch nahe. Das kann Dave super. Das fand ich so geil, als er bei mir bei Crash 3 zu Gast war. Und dann sagt er, ah, die machen doch dieses tolle Geräusch, ne? Oh, 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 oh. Kann ich gar nicht nachmachen, wie er das gemacht hat. Das war geil. So. Das sind wir wieder. Hm. Ah, einfach im Springen schon mal. Mit Magnet Man. Das ist vielleicht die Lösung. Das ist die Lösung. Das war ganz schön knapp. Ja. So, mein Finger juckt. Jetzt geht's weiter. Das kann passieren. Ein nur die Bär. B-Lang. Da ist schon das Ende. Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Ja. Zwei Leben, aber... Vielleicht... Ja gut, die Standardwaffe ist die beste, ne? Weiß ich noch nicht. Oder was nehmen wir? Nee. Oder... Nee, Magnet Man ist es nicht. Versuch jetzt mal die Schlange, komm. Irgendwas muss da doch sinnvoll sein. Hervorragend. Oh Mann, wieso müssen die denn immer hüpfen? Ich glaube, auf Snake kannst du auch verzichten. Mhm. Der wirft mit Sternen. Komm, nimm mal hart, man. Boah. Ja, also es zieht auf jeden Fall ein bisschen mehr ab. Kann man was mit anfangen. Die Container hast du nicht mehr, ne? Nee. Komm, den machst du jetzt platt. Das ist also ein krönender Abschluss dann. Ich nehm wieder die normale Waffe. Boah! Das will er nicht, merkst du, ne? Nee, das will er überhaupt nicht. Da hat er überhaupt keinen Bock drauf. Der Grätsch, der direkt zu mir. Grätschen. Ja komm, jetzt hau ihn einfach um. Nicht? Ja, mit was denn? Ja, die normale Waffe. Das mag er aber nicht. Ja, aber das andere bringt doch nichts. Ja. Das ist doch alles so scheiße. Spring einfach durch deine Sterne da durch. Ja gut, ich muss mich nicht wörtlich nehmen. Also du sollst schon drüber springen. Zumindest versuchen. Oh oh, das sieht nicht so gut aus. Ja, wann grätsch der denn zu mir? Ich verstehe sein fucking Muster nicht. Das macht überhaupt keinen Sinn, was der da macht. Ja, ist gut. Drecksmusik hier. Das ist so voll die freudige Musik in so einem kackten, du hast verloren Bildschirm, ey. So ein bisschen verarscht. Ja, ein bisschen. So, ich hab jetzt keine Lust mehr. So, ja, aber cool. Vom Muster her hast du doch schon schön, was da weggeräumt. Ja, vor 11 sind jetzt die schwersten. Ja gut, das mag man zu mir eigentlich. Ja, du wirst beim nächsten Mal auf jeden Fall weiterkommen. Da geh ich stark von aus. Dann bist du auch nicht mehr so aufgeregt. Ja. Ja. Aber es war richtig schön, hat Spaß gemacht mit dir. Das ist toll, das ist schön, dass es dir gefallen hat. Ja, auf jeden Fall, das ist geil. Das Spiel ist auch super. Naja. Doch, ich find' das cool. Ja, es ist auch cool, aber es funktioniert halt nicht richtig, ich jetzt grad' im Moment so. Ja, ach komm, beim nächsten Mal rogst du das Spiel. Nächstes Session, Chris ist durch. Ja. Ja, gut. Ich glaube nicht. Du darfst doch nicht da rangehen, du musst von der Euphorie da ran. Ja, heute spielen wir Mega-Band. Das ist ja nicht nur, dass ich nur noch die vier besiegen muss oder so, dass das dann vorüber ist. Nee, nee, danach geht's noch weiter, das weiß ich wohl. Aber trotzdem. Ja, danach kommen nämlich nochmal vier von denen und dann kommt erst von Dr. Wily das Castle. Hm. Voll scheiße. Ja. Ach, das kriegst du schon hin. Ja, muss. Du bist doch die Rolle, die schafft das. Ja. Ja. Na gut, dann hoffe ich, euch hat die Aufnahme gefallen. Ja, das hoffe ich auch. Ja, genau. Ja. Danke nochmal an dich, dass du mit hier kommentiert hast. Gerne, danke, dass ich dabei sein durfte. Ja, warum nicht? Weiß ich nicht. Ja, also. Ja. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Ja, das ist eigentlich mein Satz. Dann sag du das. Ja, okay. Euer Alex sagt tschau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.